Dauert ein bisschen. Der Livestream wird jetzt vorbereitet. Und dann... Oh ja, schön. Man sieht es auch. Gut. Noch kurz warten. Das wird 8 Sekunden verzögert sein. Dauert ein bisschen. Der Livestream wird jetzt vorbereitet. Gut, dann warten wir noch kurz. Ich gucke. Dann können wir beginnen. Los. Ja, hallo, guten Abend, meine Damen und Herren da draußen. Mein Name ist Udo Rutkowski von dem Grünen Lautertal. Ich darf Sie heute Abend begrüßen zu unserer ersten Veranstaltung im Rahmen unserer sechsteiligen Veranstaltung. Heute geht es speziell um das Thema Naturschutz. Dazu haben wir uns zwei Referenten dazu geholt. Ich möchte aber kurz vorab vorstellen, wie die Veranstaltung heute läuft. Wir haben das als Webinar gestaltet, damit keine größeren, sagen wir mal, technischen Störungen auftreten können. Das heißt, Sie können teilnehmen, proaktiv, interaktiv über den Chat. Oben rechts gibt es eine kleine Funktion mehr. Wenn Sie da draufgehen, haben Sie eine Chat-Funktion. Dort können Sie Ihre Fragen einbringen und entsprechend senden. Und unser Host am heutigen Abend ist der Olaf Hayes, ebenso von den Grünen, der sozusagen in den Chat reinblickt und uns dann entsprechend auch die Fragen reingebt. Gedacht ist es so, heute vom Agenda-Ablauf, dass Sie da einen entsprechenden Überblick haben zur Veranstaltung, dass wir als erstes beginnen. Wir haben ja die Themen Landschaftspflegeverband und Klimafaktor Wald. Dazu haben wir heute zwei Referenten. Und gedacht ist es so vom Agenda-Ablauf, dass der Martin Scharschmidt beginnt mit seinem Vortrag, uns entsprechend Bilder zeigt und dazu kurz kommentiert, so als Eingangsstatement, so als entsprechender Einstieg ins Thema. Und dazu können Sie dann bitte auch gleich dann Ihre Fragen im Chat stellen, Verständnisfragen, die wir dann entsprechend auch gerne noch mal kurz beantworten. Das wird so ein circa 10-minütiger Start sein. Im Anschluss daran ist dann unser zweiter Referent, der Martin Bertram dran, der sozusagen das Thema Klimafaktor Wald heute mit einbringt und dazu entsprechend auch uns einen spannenden Bildervortrag mitgebracht hat als Eingangs-Kick-off sozusagen. Und dann können Sie auch dann entsprechend Ihre Fragen darzustellen. Und im Anschluss darin, im dritten Teil, gehen wir dann in eine gemeinsame Diskussion über. Es gibt sicherlich anhand dieser Vorträge auch Fragen von Ihrer Seite, auch vertiefende Fragen. Und heute Abend dabei ist auch seitens des Bergstrasse-Anzeigers eine Redakteurin, die Frau Haas. Herzlich willkommen, Frau Haas, in unserer Runde. Wir freuen uns, dass der BA praktisch auch jemanden zu uns geschickt hat. Vielleicht auch als Start noch mal zum politischen Hintergrund. Für diejenigen, die das vielleicht nicht so ganz verfolgt haben, dieser Landschaftspflegeverband ist an der Bergstraße angedacht, geplant. Und bei der gestritten Gemeindevertreter-Parlamentssitzung gab es ja entsprechend zwei Anträge dazu von der CDU und von den Grünen, hier beizutreten. Es gab dann auch einen Beschluss, das entsprechend an den Umweltausschuss weiterzuleiten zur weiteren Diskussion. Aber man hat sich spontan dazu entschieden, tatsächlich eine Absichtserklärung auch entsprechend abzustimmen. Und diese Absichtserklärung dem Landschaftspflegeverband beizutreten, wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Insofern sind wir da jetzt sozusagen fast schon in den Startlöchern drin dazu, zu dem Thema. Und dazu begrüßen wir heute Martin Scharschmidt. Martin Scharschmidt ist in der seltenen Lage, neben seinem Beruf, seinem Hobby auch noch sozusagen in die gleiche Richtung betreiben zu dürfen. Er ist nicht nur der Praktiker aus dem Rhein-Neckar-Kreis, der das Thema Landschaftspflegeverband dort mit betreut, sondern auch Mitteilnehmer der Biotel-Diversitätskonferenz, die jetzt ja diesen Jahr mit unserer Carsten Kroker zum zweiten Mal schon stattgefunden hat hier im Kreis. Und auch ein Mitstreiter für das Thema, der das Ganze voranbringen will, der hier auch heute Abend als sozusagen in ehrenamtlicher Tätigkeit diesem Thema Leben einhaucht und aber auch als Lautertaler dann sozusagen direkt aus nächster Nähe entsprechend uns berichten kann. Und ich würde sagen, Martin, wenn du magst, kannst du dich gerne auch nochmal selbst vorstellen, kurz, wenn es mal was vorzustellen gibt. Ansonsten kannst du gerne jetzt mit deinem Vortrag bewegen. Ja, ich hoffe, man hört mich gut. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Wie schon gesagt, mein Name ist Martin Scharschmidt und ich freue mich, dass ich heute mal den Landschafts- und Handlungsverband vorstellen kann oder darüber berichten kann, weil hier ja die Gründung eines Pflegeverbandes hier im Kreis Bergstraße diskutiert wird. Und ich nehme da als Ehrenamtlicher eben an der Arbeitsgruppe teil, die diesen Pflegeverband dann den Weg geleiten soll. Und zum anderen eben im Rhein-Neckar-Kreis bin ich seit 2013 als stellvertretender Geschäftsführer vom Landschafts- und Handlungsverband Rhein-Neckar tätig. Und in dieser Kombination finde ich es gut, wenn so ein Pflegeverband bei uns auch kommen würde, weil ich aus meiner beruflichen Praxis halt einfach weiß, was so ein Verband machen kann. Und auf der anderen Seite hier im Lautertal viele Sachen sehe, die meiner Meinung nach klingt, ja, angegangen werden sollten oder viel Potenzial einfach auch da ist, was für die Landschaft und für die Natur auch zu machen. Dann würde ich mal versuchen, meinen Vortrag vorzustellen. Das scheint zu funktionieren. Genau. Und gerade hier noch ein bisschen aufräumen auf meinem Bildschirm. Im Wesentlichen möchte ich einfach mal vorstellen, was so ein Landschafts- und Pflegeverband, wo diese Idee herkommt oder auch die Initiative herkommt, was das eigentlich ist, wozu man so ein Landschafts- und Pflegeverband braucht. Dann möchte ich einfach ein paar Praxisbeispiele aus meiner Arbeit zeigen, vom Rhein-Neckar-Kreis. Was sind die Vorteile? Wer profitiert von so einem Pflegeverband? Dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, welche Projekte theoretisch so ein Pflegeverband auch im Lautertal angehen könnte oder noch einen kurzen Ausblick geben möchte, wie es da weitergehen soll. Woher kommt die Idee des Landschafts- und Pflegeverbandes? Die Idee solcher Pflegeverbände, die ist schon relativ alt. Die kam 1986 in Bayern auf. Und im Kreis Bergstraße kam es zuletzt auf in der Biodiversitätskonferenz, die im Januar 2020 stattgefunden hat. Und da wurden verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Und überwiegend war dann eben die Forderung, dass so ein Pflegeverband bei uns im Kreis gebraucht wird, um die Universität einfach voranzubringen. Da wurden verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Die Arbeitsgruppe Landschafts- und Pflegeverband, die leitet der Volker Knau. Und es wurden verschiedene Wünsche geäußert, dass eben die Zusammenarbeit zwischen den Landwirten, Naturschutz und Kommunen verbessert werden soll. Dass Fördermittel in Zukunft nicht an dem Kreis vorbeigehen sollten, sondern eben für Naturschutzprojekte, Landschafts- und Pflegeprojekte genutzt werden sollen. Und da kann eben auch so ein Pflegeverband gut unterstützen. Und man hat sich eben darauf geeinigt, eine Infoveranstaltung zu machen zu dem Thema. Einfach das bekannter zu machen und die Fördzüge auch aufzuzeigen. Und es sollten Gespräche mit Gemeinden stattfinden. Einfach um da vielleicht auch Vorbehalt oder Bedenken gegenüber so einem Verband immer anzubauen. Wer da Interesse hat, auch mitzuarbeiten, bei dieser Biodiversitätskonferenz oder auch bei einzelnen Arbeitsgruppen, der kann sich da gerne an die Carolin Müller von der Naturschutzbehörde wenden, die die Biodiversitätskonferenz und auch teilweise die Arbeitsgruppen dort mit koalieren will. Was ist überhaupt ein Pflegeverband, Landschaftspflegeverband? Das ist ein freiwilliges Bündnis, mit dem Vertreter von Kommunen, Landwirtschaft und Naturschutz gleichberechtigt zusammenarbeiten. Das heißt, der Vorstand ist gleichberechtigt aus den verschiedenen Vertretern der Kommunalpolitik, Landwirtschaft und Naturschutz gesetzt. Und man begegnet sich da auf Augenhöhe. Und es werden halt im Konsens Projekte vorangetrieben und umgesetzt und einfach miteinander gearbeitet. Das sind gemeinnützige Vereine, also haben keine behördlichen Befugnisse. Das ist ja auch so ein Argument, was manchmal umgeistert. Das sind wirklich gemeinnützige Vereine, aber sie zählen zu den bevorzugten Umsetzungsorganen für Naturschutz und Landschaftspflege gemäß dem Paragraf 3 des Bundesnaturschutzgesetzes. Haben also auch gewisse Kompetenzen und sind auch gut vernetzt, sodass dort Synergieeffekte geschaffen werden können. Die Ziele eines solchen Pflegeverbandes ist es, ein flächendeckendes Netz natürlicher und naturnaher Lebensräume aufzubauen und auch den Geodruckverband zu stärken, dann die regionalen Besonderheiten der Kulturlandschaft zu erhalten, dann Impulse für eine nachhaltige Regionalentwicklung, kulturell verträgliche Landnutzung zu geben und auch eine flächendeckende, möglichst nachhaltige feuerliche Landwirtschaft zu erhalten, in dem überwiegend auch Landwirte dann mit Pflegemaßnahmen beauftragt werden und darüber halt zusätzliche Fördergelder in die Landwirtschaft einfach fließt, dass die vor Ort auch erhalten bleibt. Es geht also darum, die Vielfalt in der Kulturlandschaft gemeinsam mitzusetzen, an einem Strang zu ziehen. Wozu braucht man so einen Landschaftspflegeverband? Dazu habe ich einfach mal eine alte Luftaufnahme, die man im Internet auch findet, mit dem Nachro-Vergüer von Heppenheim herausgesucht. Wenn man da mal ein paar Jahre zurückschaut, vor 2000 Jahren war da fast alles noch Wald gewesen und die Menschen haben über die Jahrhunderte eben Lebensräume geschaffen, indem sie den Wald zurückgedrängt haben, haben sie Offenland-Lebensräume geschaffen. Man hat zum einen durch die Weinberge und die Anlagen von Trockenbauern dann Lebensräume für werbeliebende Arten geschaffen. So sind halt Arten, die eher im Mittelmeer vorkommen, bei uns eingewandert, wie zum Beispiel die Zipphammer. Und man hat um die Ortschaften herum, man sieht es an den vielen kleinen Punkten, recht umfassende Sträubungsbestände angelegt und Gärten bewirtschaftet. Auch da hat man Lebensräume geschaffen für Arten, die vielleicht im übrigen Wald vorkommen. Weiter draußen sieht man die Ackerflächen, die auch sehr klein parzelliert und für heutige Verhältnisse exzessiv bewirtschaftet wurden. Und da hat man eben Lebensräume für Arten, die das Leben gut geschaffen, die eigentlich aus der Steppe des Kunst eingewandert sind, die eine neue Heimat gefunden haben. Weiter draußen waren da noch Wiesenflächen, Feuchtwiesen teilweise, die im Laufe der Zeit noch entwässert wurden. Und wenn man sich das Ganze heute mal anschaut, was ich noch sagen wollte, man sieht halt hier diese Offenlandkorridore, die vorhanden waren, wo die Tiere oder auch Pflanzen, sage ich mal, relativ einfach vom Rotwald in die Reingebene wandern konnten. Da fand also ein reger Austausch statt, genetischer Austausch. Und wenn irgendwo mal eine Art verschwunden ist, konnte die auch von woanders wieder zuwandern. Und auch in Nord-Süd-Richtung war da eine gute Biotopvernetzung einfach geboten, weil artenreiche Lebensräume in der Kulturlandschaft vorhanden waren. Wenn man sich das Ganze heute mal anschaut, dann sieht man am rechten Bildrand, dass mittlerweile vieles auch zugewachsen ist an den Weinberg, diese Puschung einsetzt. Natürlich wird auch die Landwirtschaft oder auch der Weinbau teilweise intensiviert. Aber man sieht vor allen Dingen auch, dass eben die ehemaligen Sträubensbereiche alle überbaut wurden und auch die Ackerbeschläge mittlerweile größer sind und damit natürlich auch Lebensräume verloren gehen. Und auch ein Austausch der Arten vom Odenwald in die Rheinebene oder auch in der Südrichtung für manche Arten unmöglich ist, für manche erschwert ist. Bögen können dann noch relativ gut drüber fliegen. Bei Amphibien wird es da schon schwerer. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man sich solche Flächen, die vielleicht zugewachsen sind oder verloren gegangen sind, aber noch der Natur zur Verfügung stehen, genau anschaut und überlegt, was man da machen könnte, um den Biotopverbund einfach bei uns wieder zu stärken. Und jetzt könnte man sagen, was interessiert uns von Heppenheim. Ich habe jetzt noch mal ein paar Luftbilder aus dem Lautertal in die Präsentation eingefügt. Ich habe hier unten in der Mitte das Rathaus von Elmshausen markiert, oben links den Striedteich und rechts oben die Tempel, die Pappenfabrik. Und auch hier sieht man entlang von der B47 teilweise ausgedehnte Wiesenbereiche. Auch hier Richtung Striedteich war die Streuungsbestände, die klein pranzillierten Ackerflächen. Auf dem Bildausschnitt ist jetzt relativ wenig Wald zu sehen. Und man kennt auch um die Ortschaft, oben diese Streuobstbereiche oder auch Gartengrundstücke, sodass auch hier nördlich, südlich der Nebelungenstraße oder auch über die Straße der Austausch der Arten möglich war. Und wenn man sich das Ganze heute mal im Luftbild anschaut, wenn man mal Richtung Striedteich blickt, dort ist mittlerweile ziemlich vieles zugewachsen. Es wurde teilweise mit Fichten aufgeforstet. Und natürlich sind auch dort Ziedlungserweiterungen stattgefunden. Die Ströbsbäume sind weniger geworden. Und auch hier kann man schon sagen, dass die Biotopvernetzung für die Offenlandarten mittlerweile erschwert ist. Er ist nicht unmöglich. Es gibt noch weiter Abseits, sage ich mal, von der Ortschaft Offenlandkorridore. Aber es ist dadurch natürlich auch schon beeinträchtigt. So kann man das im Prinzip für das ganze Lautertal eigentlich durchführen. Da habe ich mal das Schützenhaus in Reichbach markiert. Und rechts oben sieht man die Wiesen in Knoten, die da noch offen sind. Und wenn man jetzt mal hier in die Mitte durch den Schützenhaus den Blick lenkt, dann sieht man, dass auch hier mittlerweile vieles zugewachsen ist. Und dieser Offenlandkorridor immer schmäler wird. Und die Siedlung, sage ich mal, näher an den Waldrand rückt. Und dadurch halt auch die Biotopvernetzung erschwert ist. Das Gleiche nochmal hier für Knoten-Schannenbach. Da erkennt man auch, wenn man hier Trittsteinbiotope, was Wiesenflächen, Waldwiesen waren. Oder auch hier von Schattbach runter Richtung Kronau, komplett offene Wiesenzüge. Und auch hier der Vergleich zu heute, da ist nicht mehr viel übrig. Die dunklen grünen Flächen, das sind ja Nadelbaumkulturen, die teilweise heute abgestorben sind durch die Trockenheit. Und auch da ist eine Biotopvernetzung sehr erschwert für Offenlandarten. Das ist unmöglich, je nachdem, welche Art es betrifft. Und hier nochmal ein Blick Richtung Szenes. Links oben die Straße nach Bedenkirchen auf Höhe vom Felsenmeer. Rechts unten der EDK in Lautern. Wenn man sich da einfach mal die Waldgebiete von heute anschaut und das den älteren Luftbildern gegenüberstellt, so sieht man, dass auch hier einiges zugewachsen ist. Oder auch zwischen Bedenkirchen und Reichenbach. Das Tal, also hier in der Bittmitte, ist das Felsenmeer. Auch das war mal deutlich offener gewesen. Und zum Abschluss nochmal ein Bild von Reichenbach. Auch da erkennt man diese umfassenden Sträubstbestände, die Siedlungserweiterung gewichen sind, aber auch durch fehlende Nachpflanzung, mangelnde Wirtschaftlichkeit einfach verschwunden sind. Die Bewirtschaftung oder die Bewirtschaftungseinheiten wurden vergrößert, was einfach den Lauf der Zeit an sich gebracht hat. Das ist auch kein Vorwurf irgendwie an die Landwirtschaft, sondern das ist einfach der Lauf der Dinge. Aber es zeigt einfach, dass dadurch Lebensräume verloren gegangen sind. Und es ist wichtig, da eben auch gegenzusteuern, um die Vielfalt zu erhalten, die man hier eigentlich erhalten möchte. Die Vielfalt gibt es noch. Also es gibt noch im Kreis Bergstraße ein großes Potenzial. Es gibt noch viele verschiedene Arten, auch hier im Lautertal. Ich hatte jetzt in den letzten zwei Jahren immer eine Schlingnatter im Garten. Es gibt relativ viele Neunthöter, auch verschiedene Schmetterlinge, die immer wieder vorkommen. Oder der UU. Alles ist eigentlich da. Aber man muss eben aufpassen, dass das nicht ganz verschwindet. Und hier ist eben so ein Landschaftspflegeverband kann dort wichtige Dienste leisten. Ich möchte jetzt einfach mal ein paar Beispiele aus der Praxis zeigen. Kurz noch zu einem Projektablauf, wie das normalerweise abläuft oder wie die Arbeitsweise in so einem Landschaftspflegeverband ist. Am Anfang steht die Projektidee. Die wird von Kommunen an uns herangetragen. Es sind auch Ideen, die wir selbst irgendwo generieren und aus irgendwelchen Pflegeplänen ableiten. Es gibt aber auch Maßnahmen, die von Naturschutzverbänden an uns herangetragen werden. Aber es gibt auch Landwirte oder Privatpersonen oder Vereine, die mit Projekten an uns herantreten. Wir gucken dann, was gibt es für Fördermöglichkeiten. Stimmen die Maßnahmen mit Fachberaten in unserem Vorstand ab, dass eben da auch diese Krippenqualität gewährleistet ist. Dann werden die Maßnahmen über die Mitgliederversammlungen beschlossen. Wir beantragen dann Fördergelder. Dann geht die Abstimmerei los. Wir nehmen Kontakt zu den Grundstückseigentümern auf. Also wir machen sehr viele Maßnahmen auch aus Privatgrundstücken beziehungsweise das überwiegende Teil. Dann suchen wir nach Landwirten und Dienstleistern, die für die Pflegemaßnahme eben in Frage kommen könnten. Stimmen die Maßnahmen mit der Kommune ab oder informieren sie. Sprechen mit Jägern, Naturschutzverein macht die Abstimmung mit den Behörden. Und dann werden die Maßnahmen beauftragt. Und wir begleiten dann die Projekte für die Erfolgskontrolle durch und gucken einfach, dass die Folgepflege auch sichergestellt ist. und weiten dann die Projektgebiete auch groß. Jetzt an die Beispiele. Da will ich auch relativ schnell drüber gehen. Das ist ein Offenhaltungsbeispiel aus Hettesbach im Bodenwald, wo wir für die Eskulabrater was gemacht haben. Da sieht man, wir haben Gehölze entnommen, lassen dann landschaftsprägende Bäume stehen und kümmern uns dann um die Folgepflege, in dem Fall über die Ziegbeweidung. Alles von einem grattlichen Landwirt auch durchgeführt, der entsprechend dafür bezahlt wird. Hier haben wir ein Beispiel aus Neckargründ. Da haben wir eine alte verpuschte Strömenswiese, eine Strömensplantage gerodet. Man sieht hier unten in der Bildmitte der Mann, der die Aufnahme mit der Drohne gemacht hat. Wir haben die ganze Plantage geräumt, haben wild aufgegangene Hirschbäume und auch Eichen stehen gelassen, haben das Ganze eingesät, haben noch einen Tüppel angelegt und so innerhalb von einem Jahr ein Wildschwein-Nest aus der Kulturlandschaft entfernt und haben dort eben Biologen geschaffen und auch entstehen lassen. Was wir auch teilweise machen, sind so Bürgeraktionen. Hier ein Beispiel von einem Landschaftspflegetag in Dossenheim. Dort haben wir mit Beteiligung von Freiwilligen in einem Arbeitseinsatz die Trockenmauern freigestellt. Da hat auch die Kommune ein bisschen Vorarbeit geleistet. Wir haben dann das Efeu freigeschnitten und die Trockenmauer letztendlich saniert und so auch wieder ein Lebensraum für Eidechsen und andere Schlingnatter zum Beispiel geschaffen. Hier noch ein Beispiel aus dem Bodenwald für die Eskulabnatter. Auch da haben wir eine Trockenmauer saniert. Die Mauer wurde typischerweise relativ schnell dann auch wieder von der Eskulabnatter angenommen und als Lebensraum besiegt. Dann im Bodenwald ist die Offenhaltung von Waldwiesen ein wichtiges Thema. Das ist eine Waldwiese in Dossenheim, die teilweise am Zuwachsen war. Auch die haben wir freigestellt, damit einfach diese Offenland Lebensräume erhalten bleiben. Dann war noch so ein Fichtenriegel mitten auf der Wiese, der auch diesen Lebensraum der Waldwiese unterteilt hat. Auch da haben wir mit Privateigentümer gesprochen. Er war mit einverstanden. Wir haben jemanden bezahlt, der die Fichten gefällt hat. Er hat das Holz bekommen und so haben wir wieder eine durchgängige Waldwiese und es dadurch natürlich dann, würde ich sagen, auch eine Aufwertung vom Landschaftsbild. Das ist ein Beispiel aus Wilhelmsfeld im Bodenwald. Da hatte uns die Gemeinde kontaktiert. Sie haben Probleme mit Windschweinen im Ort. Der Jäger kann dann nicht schießen, weil er nichts sieht. Wir haben dann geschaut, haben festgestellt, das liegt im Natura 2000-Gebiet. Wir konnten Fördermöglichkeiten besorgen, haben dann die Fläche entpuscht. Nochmal eine andere Ansicht von dieser Fläche. Auch da sieht man, da ist langsam der Waldaufvormarsch. Da haben wir die Fläche freigemacht, haben Tümpel angelegt und die wird jetzt von einem Landwirt, der auch die Erstpflege gemacht hat, einfach wieder bewirtschaftet. Da werden spezielle Mahnzeitpunkte eingehalten wegen dem Wiesentopf-Ameisen-Däuling. Und auch hier hat sich dann das Problem mit dem Wildschwein erledigt und auch das Landschaftsbild wurde aufgewertet. Und hier weitere Bilder von Wiesentälern. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Gammelsbachtal, aus Südnisch von Gammelsbach auf Gebermacher Gemarkung. Auch da waren hektarweise Flächen am Zuwachsen. Und auch da haben wir den Landwirt beauftragt, die Flächen wieder frei zu machen und zu bewirtschaften, um einfach die Offenlandlebensräume dort zu erhalten und auch eine Biotopvernetzung zu bewährleisten. Meine Kollegin ist noch, also ich bin für Bergstraße-Rodbahn zuständig, meine Kollegin für die Rheinebene. Da habe ich nur ein Beispiel. Dort macht sie seit drei Jahren ein fangreiches Rehbunschutzprojekt. Dort werden spezielle Blümischungen ausgesät, die dann teilweise als Brachfläche unter dem Winter stehen bleiben, um dem Rehbun auf Deckung zu bieten. Und da wurden knapp 60 Hektar mittlerweile angelegt, die dann auch über mehrjährige Verträge gesichert werden. Und das sind dann alles Landwirte, die diese Maßnahmen umsetzen, die entsprechend das Ganze vergütet bekommen und das ist auch ein Kooperationsprojekt, das mit dem Weg anstattfindet. Ansonsten machen wir noch Umweltbildungsprojekte mit Ströpfspädagogen, die wir ausgebildet haben in drei Jahrgängen. Das sind dann Privatkassonen, die den Lehrgang besuchen und dann mit den Schulklassen raus auf die Stolzwiese gehen. Wir machen jährlich Listhilfenaktionen, wo wir für mehrere Tausend Euro auch Listhilfen besorgen, die an Naturschutzverbände oder auch an Kommunen weitergeben. Und wenn Corona nicht wäre, würden wir jährlich Bauhofmitarbeiterkurse machen. Da haben wir schon Obstbaumschnittkurse gemacht oder auch zur Pflege von kommunalen Grünflächen. Also gibt es verschiedene Themen, die wir dann uns ermitteln in die Kommunen auch überangeben. Das kurze Ausblick aus meinem beruflichen Bereich und was sind die Vorteile von so einem Pflegeverband? Wer profitiert davon? Ich denke, Kommunen bekommen mit so einem Landschaftspflegeverband einen kompetenten Ansprechpartner für alle möglichen Naturschutzfragen. Gerade auch für Kommunen, die vielleicht keinen Umweltberater haben, ist das, denke ich, eine gute Möglichkeit. Dann hat ein Pflegeverband in der Regel einen guten Überblick über die vorhandenen Fördermittel, sodass man auch da beraten kann und das Fördermittel für Kommunen akquirieren kann. Man kann gemeinsam mit den Kommunen Landschaftspflegemaßnahmen umsetzen, auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben, Bürgeraktionen wie der Landschaftspflege-Tag in die Wege leiten, wie ich gezeigt hatte, das Landschaftsbild auch erhalten und aufwerten, was dann natürlich auch als Standortfaktor wichtig ist, denke ich. Und auch zu Ausgleichsmaßnahmen kann ein Pflegeverband beraten. Das ist immer so ein bisschen, je nachdem, wie das in der Satzung geregelt ist, es gibt auch Pflegeverbände, die dann gegen Bezahlung auch die Ausgleichsmaßnahmen Umsetzung durchführen, aber das hängt einfach von Verband zu Verband ab, weil da auch die Unterschiede, die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt werden können. Dann für die Landwirtschaft bedeutet so ein Pflegeverband oder kann ein Pflegeverband Zusatzeinkommen durch Landschaftspflegemaßnahmen bedeuten. Auch die Landwirte kann man mit oder über Fördermittel beraten, wie man zum Beispiel die Bewirtschaftung anpassen kann, zum Beispiel Altgrasstreifen stehen zu lassen auf der Wiese und den Landwirten aufzeigen, was es da für Fördermöglichkeiten gibt, um diesen Verlust, sage ich mal, auch auszugleichen, dem der Landwirt entsteht. Auch für die Landwirte ist so ein Pflegeverband und Ansprechpartner zu Naturschutzfragen und die werden natürlich auch bei Naturschutzmaßnahmen dann mit involviert. Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, dass man stärker Landwirte in die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen mit einbezieht und es kann auch Imagegewinn sein, wenn Landwirte solche Landschaftspflegearbeiten oder Naturschutzmaßnahmen dann in die Öffentlichkeit aufmachen. Für die Naturschutzverbände ist so ein Landschaftspflegeverband auch ein guter Kooperationspartner. Also viele Ideen, die ich auch umsetze, werden von Naturschutzvereinamt herangetragen. Es ist auch eine Entlastung vom Ehrenamt, weil teilweise Projekte von Verbänden auch über den Pflegeverband abgesetzt werden können. Man kann auch die Verbände eben in Bezug auf Fördergelder beraten oder Förderbitte bereitstellen und generell einfach ein guter Partner bei der Umsetzung zur Landschaftspflegemaßnahmen beiseite zu stehen. Und für Privatpersonen und Naherholungssuchende ist auch ein Ansprechpartner da. Es gibt auch Privatpersonen, die immer wieder anrufen und wissen wollen, wie lege ich eine Streuhubswiese an oder was soll ich machen, wenn ich eine Müwiese anlegen will. Auch da stehen wir immer mit Rat zur Seite und natürlich profitieren auch Privatpersonen von einem attraktiven Landschaftsbild für die Naherholung oder einfach auch als Wohnumgebung und können natürlich auch an Weltbildungsangeboten teilnehmen. Welche Projekte könnte der Landschaftspflegeverband im Lautertal angehen? Da habe ich mir mal Gedanken gemacht, was da vielleicht in Frage käme aus meiner beruflichen Praxis, also gerade Entbuschungsmaßnahmen. Ich habe ja vorhin gezeigt, dass viele Flächen zugewachsen sind. Da kann man schauen, hat sich irgendwo ein Diotop, sage ich mal, jetzt in was Geringerwertiges entwickelt, macht Sinn, dann Entbuschungsmaßnahmen durchzuführen. In manchen Fällen wird vielleicht auch der Wald dort sich so weit entwickelt haben, dass man da nicht mehr eingreift. Das hängt halt immer davon ab. Dann ist es sinnvoll, Beweidungsprojekte auch durchzuführen als Folgenpflegemaßnahmen, dass nach Entbuschungsmaßnahmen nicht wieder alles zuwächst. Dann kann man natürlich verschiedene Biotope anlegen, zum Beispiel ein Kleinstgewässer anlegen oder eine Heckenpflege durchführen, um dadurch auch den Biotopverbund zu fördern. Man kann verschiedene Artenschutzprojekte durchführen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es da auch in Laudertal noch einiges Interessantes gibt. Und ich denke, es ist wichtig, diese Arten zu stützen oder auch so das Ganze zu fördern, dass Arten, die immer vorkamen, wie beispielsweise die Gelbaufunke, wieder bei uns einwandeln können und heimisch werden können. Und man kann natürlich auch ehemalige Grünlandflächen, die jetzt mit Fichten aufgeforstet wurden und die Fichten mittlerweile abgestorben sind, auch da gibt es Möglichkeiten, über Naturschutzmittel solche Flächen wieder im Grünland umzuwandeln, um Offenlandkorridor oder auch Sichtnachsen frei zu machen. Wenn ich draußen spazieren gehe, sieht man oft irgendwelche Bänke, die mitten im Wald stehen, wo man sieht, aha, da war mal ein schöner Ausblick gewesen, der mittlerweile im Laufe der Zeit einfach zugewachsen ist. Oder auch Frischstuffenschneisen kann man dadurch wieder herstellen, was im Zuge vom Klimawandel denke ich auch ganz wichtig ist. Man kann die Kommunen beraten, hatte ich schon erwähnt, bei der Pflege von Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen oder Fördermittel. Man kann unterstützend tätig werden, kommunale Liegenschaften aufzuwerten und auch Pflege von Flächen in öffentlichem Eigentum kann man angehen, weil ich denke, man hat auch eine gewisse Vorbildfunktion, dass man versucht, Flächen, die sich im öffentlichen Eigentum befinden, auch möglichst der Natur dazu vertrieben zu stellen. Und natürlich auch Kurse für die Bauhofmitarbeiter, die Bürgeraktion, die ich erwähnt hatte, Umweltbildungsprojekte. Man kann auch im Forst viel machen, also haben wir auch im Rhein-Neckar-Kreis Leute, die da sehr interessiert, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten, wo man Pflegemaßnahmen auf dem Wald umsetzen kann. Vor der Gründung ist man normalerweise im Offenland tätig, aber auch im Forst lassen sich da gute Projekte wegeleiten. Man kann die Landwirte beraten und halt die Kooperation mit verschiedenen Vereinen, mit denen wir gemeinsame Projekte angehen und umsetzen können. Und auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist, denke ich, wichtig, dass man für die Kulturlandschaft sensibilisiert, auch darauf hinweist, wie sich die Landschaft verändert, um hier einfach in Zukunft ein Bewusstsein zu schaffen, dass man mit dem, was man hier vor Ort hat, auch segentlich umgeht. Wie geht es nun weiter? Also aufgrund von der Arbeitsgruppe, die der Carsten, der Volker Knaub leitet, sind wir momentan dabei, als Ehrenachtliche hier einfach Werbung zu machen für den Landschaftspflegeverband. Wir versuchen allen Beteiligten hier die Vorteile aufzuzeigen anhand des Maßnahmenbeispiels. Und der Volker Knaub ist auch dabei, eine Satzung entsprechend vorzubereiten, um auch die Gründung weiter voranzubringen. Er ist dabei, ein Finanzierungskonzept aufzustellen. Und dann muss natürlich der Vorstand und der Beirat besetzt werden, wo nach der Kommunalwahl, wenn alles klappt, soll dieser Pflegeverband dann eben gegründet werden. Und wer da nähere Infos braucht, der kann sich da auch gern an Volker Knaub wenden, der wie gesagt, der Leiter dieser Arbeitsgruppe ist. Ja, und zum Abschluss in der Presse hat man auch schon das eine oder andere lesen können. Da sieht man einmal, dass eben aus der Universitätskonferenz heraus der Wunsch kam, dass dieser Pflegeverband nicht gegründet werden soll. Ich habe gefunden, dass die Kreiskoalition auch schon 25.000 Euro eingestellt hat, um diesen Verband dann gründen zu können. Und auch aus verschiedenen Kommunen gibt es ein Haus in Dorsch, Stadt Wenzheim. Da gibt es Anträge oder auch schon Beschlüsse, dem Verband, der gegründet werden, von weit zu treten. Und auch im Lautertal gab es ja gestern zwei Anträge, die besprochen wurden. Also auch da stehen die Zeichen ganz gut, dass so ein Pflegeverband kommt. Eingangs hatte ich erwähnt, dass die Idee der Pflegeverbände 1986 in Bayern entstand. Das ist schon 35 Jahre her. Hat lange gedauert. Ich würde mich freuen, wenn so ein Pflegeverband auch bei uns im Kreis Bergstraße gegründet wird, weil es hier viel zu gut gibt. Das ist wirklich lohnt. Und ich denke, es ist nie zu spät für Landschaftspflege und auch für so einen Landschaftspflegeverband. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn das klappt. dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und würde dann entweder zur Fragensverfügung stehen oder dann wieder zurückgeben. Ja, vielen Dank Martin Scharschmidt für den sehr lebendigen Vortrag. Und du hast tatsächlich auch schon Rückfragen zu deinem Vortrag gehabt. Wir haben hier zwei, jetzt mittlerweile sogar drei Diskussionsteilnehmer, die sich eingeschaltet haben. Eine Fragestellung war, das machen wir vielleicht an der Stelle gleich, eine Fragestellung war, das war natürlich durch diese plakative Darstellung der Fotos von vor 40, 50 Jahren und heute. Das Thema letztendlich, was spricht dagegen, wenn sich die Offenlandschaft verändert mit Wald? Ist der Wald der schlechtere Biotop? Also auch da mal vielleicht was zu zu sagen, was ist vielleicht der Unterschied in der Qualität? Und natürlich auch das Thema, ist das tatsächlich, als wird es als negativ gesehen, wenn sich aus einer Offenlandschaft ein Wald entwickelt? Was man vielleicht auch dazu noch was sagen kannst? Denn man glaubt natürlich auch, dass durch den Landschaftspflegeverband nicht unbedingt der Flächenverbrauch durch Bebauung gestoppt werden kann. Man muss natürlich dann immer gucken, wie die Abdeckung in der Politik ist, was ist dann in dem Fall wichtiger? Ja, es ist ja schon ein Thema mit dem Flächenverbrauch, was in der Politik angekommen ist. Und das andere war doch mal, dass auch die Landwirte, Landwirte, die hier natürlich gesagt, durch die Greening-Auflagen verpflichtet sind, ihre Flächen in einem guten Zustand zu halten und insofern auch dafür ja auch EU-Agrarsuppositionen erhalten. Insofern denke ich, muss es eigentlich von der Natur her so sein, dass die Leute auch entsprechend die Flächen entsprechend frei halten und bewirtschaften. Das waren so die ersten zwei Fragen. Nachher komme ich noch ein bisschen was zu einer weiteren Teilnehmerin. Vielleicht kannst du dazu was sagen, weil du hast es ja so plikativ dargestellt mit Wald, weniger Wald und ja. Genau, ich hätte ja gesagt, man muss immer gucken, ist der Wald, der sich dort entwickelt hat, ist der mehr wert, als das, was vorher war? Und das ist halt eine Entscheidung, die ich da am jeweiligen Objekt auch treffen müsste. Wald ist per se nicht gut oder schlecht. Das hängt immer davon ab. Also wir haben durch die Aufforstung, sage ich mal, mit Fichten teilweise Monokulturen geschaffen bei uns auf Flächen, die eigentlich für die Natur von oder hohes Potenzial auch besitzen. Das sind sehr trockene Bereiche oder auch sehr nasse Bereiche und die sind als Offenland einfach ein wichtiger Lebensraum für die Arten, die in diesen Lebensräumen vorkommen. Und ich hatte es auch eingangs erwähnt, dass eben der Mensch im Laufe der Zeit durch das Zurückdrängen von Wald einfach auch die Vielfalt hier erhöht hat. Das Ganze ging bis ungefähr 1850. Dann hat man angefangen, Düngemittel einzusetzen. Man hat Maschinen eingesetzt und logischerweise dann hat man auch Flächen entwässert, großflächig auch und dadurch halt Lebensräume auch vernichtet. Aber der Mensch hat einfach diese Vielfalt, sagen wir mal, ein bisschen künstlich auch erhöht im Laufe der Zeit. Und ich denke schon, dass es sinnvoll ist, eine möglichst hohe Vielfalt auch zu haben. und im Odenwald haben wir relativ viel Wald. Der nimmt auch eher zu, meiner Meinung nach, abgesehen von den Flächen, die jetzt abgestorben sind aufgrund von der Trockenheit, dass es einfach wichtig ist, hier das auf dem Land zu erhalten. In der Rheinebene, sage ich mal, wo wenige Strukturen da sind, ist es tendenziell eher besser, wenn sich da auch waldartige Strukturen entwickeln, meiner Meinung nach. Aber bei uns im Odenwald, denke ich, sollte man gucken, dass man die wertvollen und seltenen Arten einfach erhält, indem man die vorhandenen Biotope eben pflegt und vielleicht auch neue anlegt, um die Vernetzung einfach dahin zu bekommen. Das ist natürlich eine Frage, will man die Vielfalt oder will man sie nicht? Wenn man sie möchte, dann wäre es halt eben sinnvoll, da in die Landschaftspflege und natürlich auch entsprechend auch zu investieren und entsprechend Maßnahmen umzusetzen. Ja, und die zweite Frage, wegen den Subventionen, also wir haben halt auch viele Flächen, die nicht beantragt sind, wo keine Subventionen fließen. Also wenn ich als Privatmann eine Fläche habe und beziehe da keine landwirtschaftliche Subventionen, da kann ich die Fläche zuwachsen lassen. Da beschwert sich dann in der Regel keiner und da greift dann diese Subvention auch nicht. Es gibt auch den Fall, dass man halt eine Fläche beweidet und irgendwann dann aus der Bewirtschaftung rausnimmt, wenn es dann ein bisschen zugewachsen ist. Auch solche Sachen gibt es. Also die Subvention an sich rettet oder die trägt dazu bei, dass Flächen genutzt werden und gepflegt werden, aber es verhindert nicht, dass auch Flächen eben einfach zuwachsen. Das ist dadurch nicht ausgeschlossen. Okay, danke. Bei meinen Pflegemaßnahmen versuchen wir natürlich auch Flächen, die aus der Nutzung gefallen sind, durch eine Erstpflege wieder eine Nutzung reinzubringen und idealerweise nimmt der Landwirt das, die Fläche dann in die Bewirtschaftung wieder mit rein, kassiert dann dafür die Subvention und beachtet dann halt irgendwelche Naturschutzauflagen. Das ist so eigentlich der Gedanke. Und wenn wir bei uns Probleme zum Beispiel haben mit Lautertal, Flächen auch offen zu halten, weil sie zu steil sind, da gibt es auch Möglichkeiten, sowas mit örtlichen Tierhaltern irgendwie hinzubekommen, die Schafe haben oder die Ziegen haben. Es gibt Modelle in anderen Kommunen, die dann so eine Weidegemeinschaft aufbauen. Das ist wie ein Verein, die halt an Tiere halten zusammen, die sich um solche Flächen kümmern und dann auch da diese Subvention dafür kassieren oder dass man halt Wanderschäfer, die vielleicht auch in der Nähe sind, Simone Häfele beispielsweise, geht es nach Fübshausen hoch. Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, Triebwege zu schaffen und die entsprechenden Flächen da auch bereitzustellen, dass es für sie auch lohnt, solche Flächen mit der Bewirtschaftung reinzunehmen, wobei es da hauptsächlich auch um den Naturschutz geht, man soll es Spaß machen. Okay, danke. Martin, noch eine Frage von einer Teilnehmerin. Vielleicht die noch, ein Teil, denke ich mal, läuft auch noch in den nächsten Vortrag rein von Martin Bertram. Aber ist es auch denkbar, dass zum Beispiel besondere Bäume, die jetzt an den Wegrändern stehen, also es gibt ja auch so eine grundsätzliche Ausrichtung in Richtung Artenschutzprojekte im Landschaftspflegeverband. Ist sowas auch denkbar, dass dann besondere, ältere Bäume oder auffällige Bäume und landschaftsprägende Bäume in so einem Artenschutzprojekt auch in so einem Landschaftspflegeverband integrierbar werden? Ja, es kommt drauf an. Ich sage mal, wenn man da ein Naturdenkmal draus machen will, dann läuft das normalerweise über die Unternaturschutzbehörde. Da muss man sowas dorthin melden. Also ich habe, was ich auch bei uns sehe oder auch Richtung Lippenfels schon oft gesehen habe und auch im Breit-Decker-Kreis kennt, das sind wirklich schöne landschaftsprägende Bäume. Meistens sind es Eichen, die mittlerweile in irgendwelchen Hecken einwachsen und die Eiche braucht ja eigentlich nicht. Dann kommen von unten irgendwelche Buche, die dort reinwachsen. Dann sterben solche landschaftsprägenden Bäume auch ab. Da gibt es auch Möglichkeiten, wenn ich eine Artenschutzmaßnahme zum Beispiel für den Neuntöter machen will, dass ich da in die Heckenpflege auch investiere, dass ich so eine Hecke auf den Stock setze, dass er auch für Heckengrüder wieder eine Funktion hat und dann solche landschaftsprägenden Bäume auch einfach fördere. Also die Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Machen wir auch regelmäßig, wenn wir was sehen, was wirklich außergewöhnlich ist. Und da haben wir hier im Lautertal auch viel Potenzial, in der Richtung was mitzusetzen, denke ich. Okay, Martin. Erstmal vielen Dank. Es ist noch eine Frage drin in Frage und Antworten. Vielleicht kannst du ja das nochmal kurz danach beantworten, da noch was dazu schreiben. Ansonsten können wir es später nochmal aufgreifen. Ich würde es an der Stelle dabei erstmal belassen. Wir gehen dann später in der Diskussion vielleicht auch nochmal drauf ein, damit auch der nächste Referent, der Martin Bertram, dann praktisch zum Zuge kommt. Vielen Dank an der Stelle, Martin Scharschmidt, für den ersten Teil. Und ich gebe weiter an den Martin Bertram, der uns jetzt das Thema Klimafaktor Wald anhand seines Vortrags näher bringt. Martin Bertram ist Forstwissenschaftler, aber Martin, sag doch einfach bitte selbst ein bisschen was zu dir. Du grunst auch hier bei uns in der Nähe und hast viel Erfahrung und vielleicht kannst du auch mal sagen, wie du an das Thema rangehst, was so deine Profession ist, was so deine Vita ist, dass wir auch verstehen, mit welchen Dingen du dich beschäftigst. Ja, ich hoffe, ihr seht meinen Vortrag jetzt vor euch. Passt. Ich spreche also jetzt nicht über die Kulturlandschaft, sondern über die potenzielle Natur. So, jetzt muss ich das nur noch bewegen können. Gemeinsame Bildschirmnutzung. Da müssen wir schauen. Ah ja. Also, ich habe auf der ganzen Welt gearbeitet, unter anderem auch im Himalaya und in der Sahara. ich arbeite im nachhaltigen Management natürlicher Ressourcen. Das heißt, in der Ökolandwirtschaft und im naturgemäßen Waldbau. Und ich habe in der Sahara und im Himalaya gesehen, dass sich Wälder normalerweise an alle möglichen Klimaten anpassen. Auch wir hatten schon eine Klimaveränderung zum Wärmeren hin vor 5000 Jahren. Und damals hat sich der Wald einfach angepasst. Ich habe jetzt fürs Öko-Institut im Auftrag des Hessischen Landtags an einer Studie teilgenommen, die die Waldentwicklung unter verschiedenen Klima-Aspekten und unter verschiedenen Grundwasser-Aspekten für die nächsten 100 Jahre simuliert hat. Und bei dieser Simulation kam was sehr Überraschendes für mich heraus. Trotz aller Anstrengungen, also auch mit einem erhöhten Grundwasserstand im hessischen Ried und auch bei moderater Klimaveränderung gehen die wichtigsten Lebensraumtypen LRT, zum Beispiel der Eiche, für die Deutschland in FFH-Gebieten zuständig ist, in der Ebene hier unten, die gehen verloren oder schrumpfen. Und wir haben geguckt, woran das jetzt liegt und es hat sich herausgestellt, dass das die Forstwirtschaft ist. Das heißt, die Leute, die eigentlich zuständig sind, arbeiten im Moment noch in einer Modus, der für ein anderes Klima passt. Und wenn wir jetzt über Arten reden, dann ist es so, dass wir ganz viele Arten im Moment verlieren, und zwar ganz viele im Wald. Und zwar kommt das daher, dass der Wald nicht mehr normal wächst so, dass es keine Kontinuität mehr gibt, sondern dass dauernd Störungen im Wald vorliegen. Und diese Störungen kommen daher, dass alte Bäume gefällt werden, oft flächenweise, und die Tiere, die auf Wald angewiesen sind, plötzlich ökologisch sich auf einem Kahlschlag auf einer Steppe befinden und dafür nicht gemacht sind. Das heißt, wenig mobile Käfer zum Beispiel können dann lokal aussterben. Der Klimawandel ist im Odenwald angekommen, Fichten und Lärchen sterben dürrebedingt ab, Freiflächen entstehen. Die Buchenbestände sind durch Schädigungen anfällig geworden und Randbäume von Lichtungen sterben ab. Das heißt, einmal Licht reingelassen, sterben die Nachbarn dann sukzessive auch ab. Das ist also quasi ein Teufelskreis. Ein Teil der Bestockung kann aber gerettet werden und wir werden schauen, wie wir das hinkriegen. Wir sehen hier die Grenze von Südhessen, hier hinten ist der Main und hier ist Lautertal. Wir sehen, dass im Jahr 2018 eine außergewöhnliche Dürre hier bestanden hat, das heißt, wesentlich weniger Regen und auch der Boden, auf dem die Bäume stocken, keine Feuchtigkeit mehr hergegeben hat. Seitdem sind drei Jahre vergangen, fast vier, und die Situation ist schlimmer geworden. Das bedeutet, dass nicht standortgemäße Baumarten wie die Fichte absterben, was nicht unbedingt schlimm ist, die Natur schüttelt einfach das nicht passende ab. Schlimm ist nur, wenn es oben abstirbt und unten nichts nachkommt, dann entsteht Steppe und dann geht dieses potenziell natürliche Biotop beziehungsweise dieses Ökosystem kaputt. Und wenn wir die Fragestellung nach dem Klimafaktor Wald hören, dann ist der Wald einerseits ein Klimamacher, indem er den Regen in küstenferne Gebiete zieht und indem er die Luftfeuchtigkeit moduliert und Grundwasser schafft und reinigt. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Opfer der Klimakatastrophe oder der Klimaveränderung und muss sich anpassen. Diese Borkenkäfer hier, die immer angeführt werden als die Bösewichte, sind normale Bestandteile des Ökosystems. Erst durch Fehlbestockungen, in diesem Fall hier Fichte und Lerche und durch Monokulturen und große Flächen und gleichaltrige Bestände wird dieser Borkenkäfer zum Schädling. Die Buche macht sich ihr eigenes Klima und in diesem Klima ist sie stabil. Lautertal hat den großen Vorteil nicht in der Ebene zu liegen, wo die Wälder schon abgestorben sind zum Teil und viel schlimmer aussehen als auf diesem Bild, sondern es liegt so hoch, dass dort ausreichend Niederschläge fallen, wahrscheinlich noch für viele Jahre, um Buchenwald ausreichend Wasser zu gewährleisten. Problem ist hier, wie man sieht, sehr, sehr breite Schneisen, in die die Sonne reinscheinen kann. Sonne bedeutet nicht nur Licht, sondern eben auch Wärme und die Buche verträgt das nicht. Ich rede jetzt über die Disposition einerseits, das heißt die Anfälligkeit dieses Ökosystems und auf der anderen Seite die Belastungen, die von außen her kommen. Diese Belastungen, die Sie hier sehen, also diese Schäden, die lassen sich sehr leicht abstellen. Das ist das Gute daran. Das Schlechte daran ist, dass es genau die dicken Bäume trifft und dass die den Schirm über dem Wald liefern und das aber gerade die Buche nicht mehr lange aushält. Wir sehen hier zum Beispiel auch eine Rückegasse, das Bild ist gestern aufgenommen worden, vom NABU Seeheim auf dem Felsberg und Sie sehen hier die Quetschwunden und Quetschwunden sind ganz üble Wunden, die verheilen sehr schlecht und bodennah infizieren sie sich auch sehr, sehr leicht. Wir sehen hier alte Rückgeschäden, hier neuen Rückgeschaden. Diese Buche wird sterben. Wir haben hier Bilder von Buchen, die vorher geschädigt waren, die sind dann zwei bis drei bis fünf Jahre später hat sich dann der Pilz in dieses relativ anfällige Buchenholz reingeschafft, hat die Wurzeln zermürbt und der Baum ist dann abgebrochen oder abgerissen. Nicht nur durch den Klimawandel, sondern auch dadurch, insbesondere dadurch, dass er eben einfach misshandelt wurde. Hier sehen wir das ganz deutlich. Da hat ein Rücker Bäume entlang des Weges gezogen und die sind hier immer dran geschlagen. Einmal, zweimal, der steht noch, dann hier dreimal, da liegt er, viermal und so weiter. Die größten Bäume, die das meiste Licht hatten zum Weg hin, sind hier kaputt. Das ist ein ökologisches Problem, aber vor allem auch ein betriebswirtschaftliches Problem. Des Weiteren muss man überall feststellen, auch im Lindenfels zum Beispiel, wo derselbe Förster seinen Dienst tut, wie in Lautertal, dass Buchenbestände gerne aufgelichtet werden. Es heißt dann, die Buchen sind gefährlich, sie sind ja auch gefährlich, wenn sie vorher infiziert wurden und dann absterben, aber es werden Bestände aufgelichtet, auf die dann, weil sie darauf nicht vorbereitet sind forstwirtschaftlich, diese konventionelle Forstwirtschaft, auf die dann die Sonne draufknallt, muss man fast sagen, im Sommer und dadurch entsteht Sonnenbrand. Das ist also eine Buche mit Sonnenbrand, die ist jetzt am Absterben oder abgestorben. Wenn wir fragen, wie wird denn der Wald wie passt er sich denn optimalerweise dem Klima an, dann haben wir die beiden Aspekte, einmal oben und einmal unten. Wenn wir sagen, ja, ein Baum, der braucht 180 Jahre, bis er wirklich so dick ist, dass er ökologisch wertvoll wird und dass er seine Bestandesgenossen beschirmt und schützt, dann klingt das furchtbar lang, aber wenn wir bedenken, dass wir noch einige dicke, gesunde Bäume auch im Wald haben, dann müssen wir die einfach nur stehen lassen und dann sparen wir sehr viel Zeit und kommen in ein urwaldähnliches Gefüge, ohne dass wir 180 Jahre warten müssen. Wie geht es also weiter? Und die Antwort ist, Sie aus Lautertal haben das in der Hand, ihr habt das in der Hand und es ist toll, dass ihr diese Fragen stellt, denn es ist höchste Zeit, den Wald jetzt zu retten, diese letzten naturnahen Gebiete und man muss dazu sagen, dieses letzte naturnahe Gebiet ist unter europäischem Schutz, das ist ein FFH-Gebiet wegen seiner Höhlen, wegen seiner Felsen, wegen seiner Block-Schutthalden und wegen seiner Buchenwälder, die dort oben auf dem Felsberg und auf dem Melipokus tatsächlich noch so viel Regen bekommen, den Steigungsregen, den bekommen die ab, die Wolken ziehen dadurch durch diese Wälder, dass hier die Buche ausnahmsweise noch eine Chance hat zu überleben. Wenn man jetzt nichts tut, wenn der Waldbesitzer seine Auftrag nicht wahrnimmt, dann werden diese naturnahen Lebensräume in ökologisch wertlose Steppen sich auflösen und werden verwildern mit giftigen und dornigen Pflanzen. Wenn man sagt, wo es lang gehen soll und das ist eigentlich alles, was ich heute Abend sagen will, Sie müssen einfach nur sagen, wo es lang gehen soll, dass die Förster anders arbeiten oder aufhören, so zu arbeiten, dann können diese naturnahen Lebensräume geschont werden und können auch auf dieses trockener werdende Klima eingestellt werden. Das ist das Bild aus der Ebene, dass, wenn man jetzt nichts tun würde, vielleicht in zehn Jahren auch im Odenwald eintreten könnte. Das ist die andere Alternative. Die schönen Fotos hat übrigens Yvonne Albe gemacht, Fotografin und Künstlerin aus Steiers. Das ist oben auf dem Felsberg, man sieht das feuchte Buchenklima und man sieht, dass der Wald unterhalb der Krone auch noch eine Struktur hat, die für Windruhe sorgt und die Buche dann auch erhalten kann und auch diese Arten und zwar ist Artenvielfalt im Wald immer ein Störungszeiger. Das heißt, wenn wir über Artenvielfalt reden, dann reden wir über Spezialisten, die nach einer langen Waldtradition ihre Nischen gefunden haben, dann reden wir über seltene, besondere Arten und nicht über Generalisten wie Fliegen, Rehe, Füchse, die überall zurecht kommen. Also, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht viel tun, sondern wir müssen hauptsächlich erst mal das vermeiden, was im Moment läuft. Die holzorientierte konventionelle Forstwirtschaft, die Waldbodenzerstörung durch Forstmaschinen, da habe ich auch an Martin Scharschmidt noch eine Frage nachher, denn ich habe da schon sehr schwere Maschinen teilweise gesehen auf seinen Bildern. Die Schädigung des stehenden Baumkapitals, das haben wir gesehen, Brücke und Feldschäden und die illegitime oder vielleicht sogar illegale Zerstörung des Naturschutzgebietes, des FFH-Gebietes oben am Felsberg zum Beispiel. Wenn wir reden davon, dass die Bäume, die großen Bäume kaputt gemacht werden oder durch den Klimawandel Probleme bekommen und absterben, dann ist das eine Sache. Das andere ist, was macht der Wald daraus? Er sät ja, der Witwe-Bolte-Effekt ist das. Jedes legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Wir haben ganz viele Mastjahre, viele Eicheln und Bucheckern. Wir hätten also genug Möglichkeiten für Nachwuchs, zumindest da, wo jetzt Licht um entsteht. Wenn aber die Rehwildbestände zu hoch sind, dann kommt dieser Nachwuchs nicht nach. Und das muss sich tatsächlich ändern, sonst hat der Wald wirklich keine Chance. Ein zweiter Fehler, was auch zu vermeiden ist, ist das Verbuschen lassen frischer Kahlflächen. Da wird zum Beispiel auf diesen Fichtenflächen gesagt, ja, der Rüsselkäfer, der frisst alles auf, wir machen jetzt erst mal gar nichts. Was dann passiert ist, aufgrund des hohen Verbisses kommen dann keine Laubbäume oder zu wenig, sondern hauptsächlich Gras und Brombeeren. Und das ist ein Problem, denn die behindern dann die eigentlich zielgemäße Vegetation, also den Baumnachwuchs. Was noch verhindert werden kann, ganz einfach ist, keine Douglasie und Küstentanne, keine Rote Eiche aus Amerika pflanzen, sondern Bäume, die mit großer Trockenheit und mit der Trockenheit der nächsten Jahre zurechtkommen. Also nicht so. Was also ist zu tun? Wir haben es schon gehört, Buchenbestände dichthalten, Forstwirtschaft umstellen, das ist ihre Aufgabe, wenn sie den Wald erhalten wollen, dann ist das die Aufgabe, die Forstwirtschaft umzustellen. Dürresistente Bäume fördern und schützen, das ist insbesondere in den tiefer gelegenen Lagen, in den Randlagen, also dort, wo es wärmer ist, unterhalb des Felsberges, neue Bäume einbringen, die ausgestorben sind. Wir sind im Moment dabei, zum Beispiel Speierlinge und Elsbären, die schon lange nicht mehr nachwachsen, auch weil sie verbissen werden, nachzuziehen. Dankenswerterweise hat uns Martin Scharschmidt da einen Erntebaum zur Verfügung gestellt und wie gesagt, die Rehbildbestände müssen dezimiert werden. Das heißt, Ökosystemmanagement statt konventionelle Holzwirtschaft. So, das sind nochmal Bilder dazu, das Waldklima, das ist ein Idealbild, so soll es aussehen, wenn irgendwo eine Lichtung entsteht. Hier ist die alte Mutterbuche geerntet worden oder umgefallen und was entsteht, je mehr Licht, desto höher sind die Bäume, hier am Rand sind sie etwas kleiner, das ist ein sogenannter Femel. Hier schließt der Wald sofort die Lücke und schützt den Boden vor der Einstrahlung. Das ist also, so soll es sein. Hier haben die Rehe mal nicht so genau hingeschaut. Wir erwarten mit Freude den Wolf, den Luchs. Der Luchs wird sich sehr freuen über das Felsenmeer, da kann er nämlich auflauern oben auf den Felsen, wenn nicht gerade Tourismus dort stattfindet. Trotz Wolf und Luchs werden wir die Jagd noch länger brauchen und ich hoffe, die Jagd wird noch effektiver betrieben werden können als bisher. Die Landesregierung beziehungsweise das Umweltministerium hat dazu schon sehr, sehr gute Voraussetzungen geschaffen. Da sehen Sie noch mal die Naturverjährung, so sollte es aussehen, statt braun, also grün auf dem Boden. Ja, und jetzt zum Schluss meines Vortrages meine Empfehlungen. Sagen Sie im Wald, wo es lang geht, das heißt, stellen Sie eine Arbeitsgruppe zusammen, das ist meine Empfehlung, das klingt so befehlsmäßig, aber es ist ein Wunsch, erstellen Sie eine Waldstrategie, so wie ein Bauherr ein Lastenheft erstellt und sagen Sie, so und so wollen wir in Zukunft den Wald behandelt oder nicht behandelt haben und dann schauen Sie, ob der jeweilige Dienstleister sich daran hält und dann haben Sie wie bei einem Qualitätsmanagement klare Kriterien, die man messen und einschätzen kann. Und dann gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, die auch gefördert wird, mit anderen Kommunen zusammen eine alternative Waldplanung zu machen, ähnlich wie im Offenlandbereich und eben neben Sofortmaßnahmen eben dann auch eine Waldstrategie für die ganze Gegend mit anderen Gemeinden zusammen zu erstellen und ich kann Ihnen sagen, es gibt viele Gemeinden, die genau diese Ideen auch haben und da auch dran arbeiten. Ja, das war es jetzt von mir erstmal und ich warte auf eure Fragen. Ja, vielen Dank Martin für den sehr lebhaften Vortrag mit den wunderbaren Bildern. Auch nochmal Dank an die Yvonne Albe für die tollen Fotos. Sie ist ja glaube ich heute Abend auch dabei. Es gab auch schon zwei Fragen, die möchte ich dir nicht vorenthalten. Einmal gab es eine Frage zum Tourismus. Wir haben ja hier durch das Felsenmeer und am Felsberg auch nicht zuletzt durch jetzt die Pandemiezeiten einen enormen Schub gehabt an Tourismus und im Schnitt schauen wir mittlerweile an die 200.000 Menschen, die das Felsenmeer besuchen. Was für eine Auswirkung hat dieser Tourismus auf die Bodenverdichtung? Das war die konkrete Frage. Kann man das auch bewerten oder ist das zu vernachlässigen? Die schlimmste Bodenverdichtung kommt durch schwere Geräte, durch schwere Maschinen, denn diese Bodenverdichtung wirkt oben und unten. Die Bodenverdichtung, über die wir im Felsenmeer, also in dem touristischen Bereich sprechen, ist eine oberflächliche Bodenverwundung und tatsächlich auch eine Verwundung der Bäume und Baumwurzel. Der Tourismus zeigt, wie wertvoll euer Felsenmeer ist. Der zeigt, was ihr wirklich für einen Schmankerl auf europäischem Niveau habt, denn Felsen außerhalb des Hochgebirges gibt es wirklich selten und so schöne Buchenwälder auch, insbesondere so nah am Ballungsgebiet. In diesem Falle ist es allerdings so, dass der Tourismus sich beißt mit der Ausweisung des Felsberges als Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet. Das heißt, ich selber bin ein großer Fan des Felsenmeers und war da auch als Kind öfter und gehe da auch immer noch hin, aber das Problem ist, die Besuchermassen müssten mehr kanalisiert werden und die Zugänglichkeit der äußeren Bereiche, des kleinen Felsenmeers und so weiter muss wirklich beschränkt werden, auch dadurch, dass man Wanderwege nicht mehr woanders hin ausweist und einige Gebiete einfach wirklich in Ruhe lässt und eventuell sogar stilllegt. Der Naturschutz, der Artenschutz müsste oder hat laut Gesetz im Felsenmeer Vorrang. Das ist sicherlich eine sehr schwierige Aufgabe, die Touristen so zu konzentrieren und zu lenken, dass diese Schäden an den Steinen und an deren Bewuchs und die Beunruhigung, ich hatte ja den Luchs schon erwähnt, der da vielleicht nicht hingeht, weil da Geocacher unterwegs sind, das unter einen Hut zu bringen. Also das ist sicherlich auch eine Aufgabe für so eine Waldgruppe. Ja, danke Martin. Dann kam noch eine Frage auf. Bei uns ist es ja so, durch die Beförsterung von Hessen Forst gibt es ja auch klare Vorgaben, Strategien, was zu anzupflanzen ist. Können wir Stand heute überhaupt sagen, zum Beispiel den Förstern, wir wollen keine Douglasie an dem Standort haben, sondern was anderes? Können wir da mitreden? Ja, und das ist die tolle Sache, wenn ich Ihnen diese ganzen Schäden oder euch diese ganzen Schäden gezeigt habe, dann ist es auf der anderen Seite schlimm, aber auf der anderen Seite ist es eine menschengemachte Sache, die man direkt abstellen kann. Und tatsächlich, die gute Nachricht ist, mit einem Wort fast könnt ihr das abstellen. Allerdings muss das, das darf keine losen Enden enthalten, das muss wasserdicht sein, das darf keine Gummiparagrafen enthalten. Deswegen meine ich, ihr braucht eine Waldstrategie, die dem Dienstleister, wer auch immer das ist, ob das eure eigenen Forstwirte sind, ob das Hessenforst ist oder ein privater Dienstleister, ob der durchgehend arbeitet oder nur periodisch, dem müsst ihr ganz genau sagen, was ihr wollt. Und das müssen wir eigentlich zusammen, würde ich vorschlagen, erarbeiten. Ja, und dann könnt ihr, ihr habt sogar die Aufgabe und die Pflicht anzuschaffen, was geht. Und ich habe das für die Gemeinde Bräuberg schon mal formuliert. Es ist ganz wichtig, aus diesem Business as usual herauszukommen und die Förster zu beruhigen und sagen, kriecht das Holz aus eurem Kopf raus. Es geht nicht nur um Holz, es geht um Artenschutz, es geht um vor allem auch um den schieren Erhalt des Waldes, der jetzt wirklich gefährdet ist. Ja, danke. Dann war noch eine Frage. Martin, vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Und zwar, es geht jetzt darum, um die Nutzung des Waldes oder zur Holzgewinnung. Das ist jetzt so ein bisschen bei dem Zuhörer angekommen, dass sie das eher einstellen sollten. Ich glaube, du hattest ja gemeint, dass die Holzgewinnung oder die Bewirtschaftung eine andere sein sollte. Denn hier wird auch von dem Zuschauer angemerkt, das ist natürlich ein großer Eingriff in die Volkswirtschaft. Wie stellt man sich die Kompensation für die Förster beziehungsweise Waldbesitzer vor? Die Forstwirtschaft, die ich euch heute Abend gezeigt habe, die ist nicht rentabel. Da wird das Kapital und ein Baum ist ja kein Holzprodukt, sondern ein Baum ist ja, solange er lebt, eine Holzfabrik, der ist ja Produktionsmittel, der wird ja erst zum Produkt, wenn man ihn tötet, wenn man ihn verwertet, in einem Naturschutzgebiet hat der Artenschutz und insbesondere auf europäischem Niveau Vorrang. Ich bin immer der Meinung, weil ich es gesehen habe, es gibt eine Art naturgemäße Waldwirtschaft, die ich hier aber weit und breit nicht gesehen habe, die Plänterwirtschaft, mit der man in gewisser Weise Naturschutz und Holzwirtschaft verbinden kann. Ich würde aber auf dem Felsberg wirklich dafür plädieren, dass man die Holzwirtschaft ganz, ganz stark reduziert und vor allem eben viel, viel pfleglicher umgeht. Also zum Beispiel ein Harvester hat im Laubwald nichts verloren. Wir haben ja tatsächlich im Augenblick im Felsberg oder überhaupt der Wald ist ja ein wichtiger Faktor für die Gemeinde Lautertal, sag ich mal, für die politische Gemeinde, ist ja ein großer Besitzer von Wald und die Bewirtschaftung des Waldes hat sich in den letzten Jahren wesentlich verändert von einem positiven Ergebnis hin mittlerweile zu einem Zuschussbetrieb. Wenn wir jetzt also in einer Umstellung sind unserer Bewirtschaftung, kann man natürlich überlegen, wie gehen wir das an, wenn wir sowieso da entsprechend was tun müssen, um das auch letztendlich nachhaltig zu gestalten. Eine Frage war noch, und da möchte ich gerne an der Stelle vielleicht den Martin Scharschmidt noch mit dazunehmen, denn das geht praktisch schon beide Richtungen, hier kam nun mal die Frage, dass die Kulturlandschaft, Offenlandschaft und Wald nicht voneinander losgelöst betrachtet werden sollten, gerade in Bezug auf die Biodiversität und dann war eigentlich die Frage, lässt sich sowas auch auf Kreisebene mit entsprechenden Fördermitteln berücksichtigen beziehungsweise kann ich auch das Thema Wald mit dem Landschaftspflegeverband irgendwie verknüpfen? Vielleicht auch mal die Frage an beiden sozusagen. Also zum Forst an sich, also der Leiter der Forstbehörde ist bei uns auch im Fachberat vertreten, sodass auch da, wenn die Maßnahmen oder Projekte besprochen werden, der Forst auf jeden Fall impulsiert ist und wenn wir Pflegemaßnahmen umsetzen, bei denen vielleicht Wald beseitigt werden soll, das ist ja auch relativ breit auslegbar, was jetzt Wald ist, also das hängt dann auch ein bisschen von den Förstern ab, wo die schon Wald sehen, dann werden die dann auch beteiligt und diskutiert, ob man das jetzt einfach machen kann, ob es sinnvoll ist, da den Bestand zu lassen oder ob auch ein Waldumwandlungsverfahren erforderlich ist. Also es wird dann komplett durchgezogen. Sag mal, in der Regel, wenn wir an verbuschte Flächen gehen, dann sind das meistens Flächen, die seit 20, 30, vielleicht mal 40 Jahre nicht mehr bewirtschaftet sind. Also das sind dann keine großen Bäume und wenn dann die Sukzession so weit fortgeschritten ist, sagen wir mal nach 50, 60 Jahren, würde man dann auch sagen, hey, das lohnt sich nicht mehr, da hat sich was Wertvolleres entwickelt, in aller Regel, dass man da jetzt nicht eingreift. Bei Fisch und Kultur ist es ein bisschen anders, die jetzt gerade abgestorben sind, also da kann sich das schon lohnen, auch früher einzugreifen. Und zu den Fördermitteln, also ich weiß, dass es vom Regierungspräsidium Darmstadt auch Fördermöglichkeiten gibt, wenn die sogenannten Gag-Mittel, das ist die Gemeinschaftsaufgabe, Agrarstruktur und Küstenschutz heißt es glaube ich, dass man sich da auch so an Biodiversitäts- oder Biodruck-Vernetzungskonzepte auch fördern lassen kann, wo wir dann Planungsbüros auch beauftragt werden, dann Konzepte erstellen und diese Konzepte dann halt auch wieder als Planungsgrundlage dienen, um Maßnahmen umzusetzen, zum Beispiel auch, denke ich mal, wenn ich eine Ausgleichsmaßnahme mache, hier denke ich mal, hätte auch im Lautertal, da besteht ja auch die Möglichkeit, den Gemeindewald auch zu nutzen, um, wenn irgendwo Eingriffe in die Natur stattfinden, dass man dann auch sagt, okay, wir haben hier einen eigenen Wald, der besonders hochwertig ist, den man vielleicht, wenn man aus der Bewirtschaftung nimmt, noch mehr der Natur zur Verfügung stellen kann, denke ich mal, auch da gibt es Möglichkeiten, als Kommune, da in der Richtung was zu machen. Also es gibt vom Innenministerium zum Beispiel die Mittel für die interkommunale Zusammenarbeit, IKZ, und die fördern solche kommunalen Zusammenschlüsse. Es ist, es existiert im Moment ein Vorschlag von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, der ist im Netz und der behauptet, dass er Empfehlungen gibt für die Klimaanpassung des Waldes. Und ich warne davor, diesen Empfehlungen blind zu folgen. Es ist tatsächlich so, es gibt auch in der Forstwirtschaft oder in der Waldwirtschaft gibt es unterschiedliche Strömungen. Es gibt die Leute, die in ein Naturschutzgebiet seit Jahrzehnten Fichten gepflanzt haben und immer gesagt haben, das ist gut für die Betriebswirtschaft. Die sagen jetzt nicht, oh, wir haben uns getäuscht. Es gibt andere Ansätze, es gibt völlig andere Ansätze als die des Forstamts Lampertheim oder Forstamts Darmstadt. Und diese Ansätze kann man im Westerwald zum Beispiel oder in Brandenburg besichtigen. Es gibt auch einzelne Stellen im Odenwald, wo es so ähnlich aussieht. Es lohnt sich für die Gemeinde da mal vielleicht hinzufahren und sich mal anzugucken, wie es auch anders aussehen kann. Und die enormen Kosten, also das gibt ja die Einnahmeseite, das ist der Holzeinschlag und die Kosten, das ist alles andere, was dann entsteht beim Ernten und durch das Ernten und beim Pflanzen und beim Schützen. Das große Problem bei der derzeitigen Waldbewirtschaftung ist die Kostenseite. Und da kann man sehr, sehr viel machen. Und da kann die Gemeinde das Absolute sagen. Ja, danke. Dann war noch eine Frage, die passt eigentlich auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, Martin. Und zwar war praktisch jetzt mal hier in den Raum gestellt, dass oftmals, wenn man über unabhängigen Schutz von FFH-Gebieten spricht oder man nachfragt, dass man dann immer eigentlich irgendwie an Hessenforst wieder verwiesen wird. Ist dem so oder gibt es da auch Alternativen? Also eigentlich ist die Naturschutzbehörde dafür zuständig und nicht die Forstbehörde. Die Forstbehörde bewirtschaftet diese Flächen. Aber die Probleme, die darin liegen, dass viele dieser FFH-Lebensräume zum Beispiel schlechte Erhaltungszustände haben oder sich verschlechtern im Erhaltungszustand, die kommen tatsächlich durch die Bewirtschaftung. Es gibt da ein gewisses Aufsichtsdefizit. Ja, und es ist aber kein Problem, man muss nicht sagen, ja, warum kümmert sich die Naturschutzbehörde oder das Ministerium nicht darum, man kann sich einfach selber kümmern. Die Gemeinde Lautertal ist Eigentümer und kann sich umschauen und kann sagen, so wie die das machen, so wollen wir das auch machen. Und das kann sie aufschreiben und dann kann man ja schauen, ob die derzeitigen Dienstleister das auch mitmacht. Dann noch eine Frage an den Martin Scharschmidt. sind heute zwei Martins aktiv. Und zwar kam die Frage auf, du hast ja vorhin sehr viel bei den Vorstellungen deiner Bilder oder deiner Grafiken aus früheren Zeiten von Einzelbiotopen gesprochen und hier kam die Frage auf, wie lässt sich so ein Biotop Vernetzungssystem mit dem Landschaftspflegeverband auf Kreisebene umsetzen? Man muss es erkennen und lässt sich das dann auch wirklich vernetzen? Welche Instrumente braucht es und welches Personal ist dafür erforderlich? Ist das auch eine Aufgabenstellung für euch im Landschaftspflegeverband? Martin? Im Rhein-Neckar-Kreis an sich gibt es viele Kommunen, die Biotopvernetzungskonzepte haben, was dann auch die Grundlage ist, dort konkrete Maßnahmen zusammen mit der Landwirtschaft umzusetzen. Ich weiß auch, dass es über das Regierungspräsidium über diese Gag-Mittel auch Möglichkeiten gibt, sich solche Konzepte fördern zu lassen, um den Biotopverbund voranzubringen. Da sehe ich schon die Möglichkeit, wenn hier ein Verband gegründet werden sollte, dass ein Landschaftspflegeverband gemeinsam mit der Kommune einen Antrag stellt, was gibt es Fördermöglichkeiten und das dann auch als Förderkulizidium konkrete Maßnahmen mitzusetzen. Oder auch für eine Kommune, wenn sie einen Eingriff macht, einen Baugebietausweis, dann weiß, um den sinnvoll zu kompensieren, den Eingriff, habe ich hier ein Konzept und da steht dann drin, ich kann jede Maßnahme machen, um den Eingriff auch auszugleichen. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Ich kenne jetzt in Hessen nicht alle Möglichkeiten, aber meine Erfahrung auch aus der erdachtlichen Arbeit ist eigentlich, dass es für Naturschutzmaßnahmen relativ viele Fördermöglichkeiten gibt. Man muss halt wissen, wo sie stehen, für welchen Antrag man stellen muss, wer der Ansprechpartner ist. Aber Geld, meiner Meinung nach, ist eigentlich für Naturschutz da. es muss halt nur abgerufen werden und gerade da, denke ich, besteht auch die Aufgabe bei so einem Pflegeverband, einfach Gefühle auszustrecken, einen guten Überblick zu haben und dann die entsprechenden Vereine, Kommunen, Landwirte zu beraten, dass diese Fördergelder dann auch in die Landschaft fließen und umgesetzt werden und nicht dann halt verfallen oder vielleicht für weniger sinnvolle Sachen dann letztendlich umgesetzt werden. Ja, danke, Martin. noch mal eine Frage vielleicht an den Martin Bertram, weil ja auch ein bisschen jetzt über Hessenforst gesprochen wurde, wie man da mit den Themen umgeht. Gibt es Beispiele von Hessenforst als Dienstleister, die sich auch praktisch für alternative Beforstungs- oder Beförsterungsmethoden an der Stelle geöffnet haben? Ich kenne jetzt keins, aber ich kenne nicht den gesamten hessischen Wald. Meine Beispiele, meine guten Beispiele kommen aus dem Privatforst. Das ist zum Beispiel die Graf-Hatzfeldsche Forstverwaltung, die einfach effektiv jagen und dadurch einen unglaublichen Nachwuchs haben und die können also quasi nur noch ernten und das wächst von alleine nach. Ja, und es wächst Eiche nach, es wächst Weißtanne nach, es wachsen alle möglichen Baumarten nach, die sonst so selten und so schmackhaft sind, dass sie weggeputzt werden. Aber bei Hessenforst weiß ich es jetzt nicht. Ich kenne einen Förster, der ganz gut arbeitet, hier am Melibokus, das ist Forstdienststelle Gronau beziehungsweise Bensheim. Ich kann aber noch nicht sagen, dass das die Wälder sind unbedingt. Ich habe allerdings einige Stellen gesehen, die wirklich sehr, sehr gut geworden sind. Also die tollen Wälder, wenn man wirklich was Tolles machen will und auch nicht nur reaktiv auf das Klima reagiert, sondern quasi dem Klimawandel oder dem Zusammenbruch zuvorkommt durch das Wiedereinbringen von trockenresistenten Bäumen, dann muss man woanders hingehen. Also Westerwald zum Beispiel. Die Gemeinden Rüsselsheim haben sich Mörfelden und Büttelborn und so weiter, die haben sich zusammengeschlossen und haben jetzt einen privaten Dienstleister, der das macht, wirklich, was sie sagen. Und die haben damit auch eine ganze Menge Geld gespart. Da ist der Reinhard Ebert, wäre da der Ansprechpartner, der ehemalige Umweltamtsleiter von Rüsselsheim, der selber auch Forstwissenschaftler beziehungsweise Stellvertreter vom Forstamt Groß-Gerau war, bis er dann im Zorn nach Rüsselsheim gegangen ist. Okay, danke Martin, Bertram. Ich möchte an der Stelle, weil ich sehe, dass wir mit den Fragen soweit eigentlich ganz gut durch sind, möchte ich auch so ein bisschen Richtung Ende kommen und vielleicht das auch mal ein bisschen zusammenfassen, was Martin Bertram uns gesagt hat. Also es würde für uns anstehen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Arbeitsgruppe Wald aufzustellen, vielleicht auch mit Nachbarkommunen ins Gespräch zu kommen, ob ähnliche Anforderungen da sind, ob eine neue Strategie in der Bewirtschaftung des Waldes eine interessante Alternative sein kann. Letztlich dann auch die entsprechenden Fördermittel mit einbeziehen, die KZ-Mittel und so weiter, um zu sehen, irgendwie kommen wir da weiter, aber letztendlich dann auch den Wald so zu bewirtschaften, wie wir es für richtig halten. Denn wir sind im Augenblick in der Phase, wo wir sowieso Geld reinstecken müssen und da macht es dann durchaus Sinn, auch das ökologisch nachhaltig zu machen. Und das andere, was natürlich jetzt auf den Weg gebracht ist, ist der Landschaftspflegeverband. Hier haben wir auch noch mal lebendig gehört, was das bedeutet. Das sind eigentlich beides Dinge, die gut miteinander kooperieren könnten. Insofern vielen Dank an die beiden Referenten und ich denke, Martin Bertram, wir werden auch im Gespräch bleiben. Du bist ja jetzt nicht in einer größeren Einheit sozusagen tätig wie den Landschaftspflegeverband, sondern eher ein Stück weit auch als Berater. Und wir kommen dann gerne noch mal auf dich zu, um vielleicht dann auch in der politischen Kommune da noch mal auf deine Expertise zurückgreifen zu können. Uns war es heute wichtig, im Bereich Naturschutz einen ersten Flock zu setzen mit dieser Veranstaltung und zu informieren zum Thema Landschaftspflegeverband und auch zum Umgang zur Bewirtschaftung unseres Waldes. Wir haben eine einmalige Region mit dem, was wir haben. Wir sollen es wirklich auch für die nächsten Generationen erhalten. Ich möchte noch mal das Wort geben an die beiden Referenten. Vielleicht, dass ihr noch mal euch einen kurzen Schlussstatement aus eurer Sicht für eine Lust habt. Ja, also ich möchte noch mal sagen, wie wichtig ich das finde, dass Korridore vernetzt werden, dass zum Beispiel Wildwechsel europaweit funktionieren und nicht zwischen Zwingenberg und Auerbach oder wo auch immer ein Baugebiet entsteht und dann ein Riegel vorgeschoben wird. Das ist die Landesplanung, die Bauleitplanung und da sehe ich ganz, ganz wichtige Aspekte auch im Landschaftspflegeverband, die dann auch im Endeffekt der Vernetzung der verinselten Waldgebiete auch zugutekommt. Und ich freue mich, dass die Gemeinde Lautertal jetzt diese Initiative ergriffen hat und das mal wirklich darüber nachdenken, da was zu tun. Dankeschön. Martin Bertram, vielleicht noch der Martin Scharspitt. Magst du noch was sagen? Ich habe eigentlich, denke ich, alles gesagt. Ich würde mich freuen, wenn so ein Pflegeverband auch hier kommen würde, weil ich, wie gesagt, aus meiner beruflichen Erfahrung einfach weiß, dass da vieles möglich ist. So Verbände sind von Landkreis zu Landkreis, haben die unterschiedliche Schwerpunkte. Deswegen ist es mir auch wichtig, einfach da ein bisschen im Rahmen von meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten da ein bisschen mich einzubringen. Und ich bin eigentlich froh darüber, dass man jetzt so weit ist, dass man das auch ernsthaft angehen möchte und bin gespannt, was da kommt. Weil ich denke, die Landschaft, die Natur braucht, das ist für die Leute hier vor Ort wichtig, für die Landwirtschaft wichtig, auch für viele Kommunen einfach einen Ansprechpartner zu haben. Und deswegen finde ich gute Dinge, dass das irgendwann in den nächsten Monaten vielleicht klappt, dass wir hier so ein Verband haben und das auch Lautertal da schon signalisiert hat, dass sie da gerne bereit sind, ja auch beizutreten und die Idee einfach unterstützen. Vielen Dank, Martin Scharschmidt. Martin Bertram, es kam noch eine Frage rein von einem Zuschauer, der nochmal wissen wollte, ob die Buche auch geeignet ist für die Ecke im Jägersburger Wald. Vielleicht kannst du ihm dazu nochmal was schreiben kurz. Ich möchte es an der Stelle dann auch belassen. Die Grünen Lautertal bedanken sich bei Ihnen für die aktive Teilnahme. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, dass Sie sich so rege daran teilgenommen haben. Jetzt geht das Ganze sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten in die politischen Gremien und dann gehen wir da weiter. Wir bleiben da dran. Wir wollen da weiter Aktionen setzen. Das ist natürlich auch ein ganz klare, es liegt in den grünen Genen auch für die Nachhaltigkeit und für unsere Natur was zu tun. Und insofern nochmal vielen Dank an die beiden Referenten für diese lebhaften Vorträge. Martin Scharschmidt, Martin Bertram. Vielen Dank für eure Expertise, die ihr eingebracht habt. Wir bedanken uns. Ich denke, es hat technisch super geklappt. Das war das erste Mal. Unser Host Olaf Hayes nickt. Also er war auch zufrieden. Und wenn Sie das Lust haben oder wenn Sie das weiterempfehlen möchten, einfach mal auf YouTube schauen. Wir haben das, was wir heute Abend streamen, gehen wir entsprechend dort wieder. Das heißt, man kann das auch gerne dann sich mal in Ruhe anschauen, wenn man selbst heute Abend nicht die Zeit hat und den Bekannten darauf hinweisen möchte. Ansonsten möchte ich auch nochmal hinweisen auf die Seite der Grünen Lautertal. Dort haben wir praktisch in jeder Woche, in den nächsten Wochen, solche Veranstaltungen laufen zu unterschiedlichsten Themenbereichen. Schauen Sie mal rein, was sie anspricht. Kommen Sie mit dazu. Wir würden uns freuen, wenn Sie das begleiten mit Ihren Fragen und Ihrem Interesse. Wir danken nochmal. Ich würde jetzt gerne sagen, Sie können jetzt heute Abend noch ausgehen, tanzen gehen und was trinken gehen. Aber das, glaube ich, müssen wir nochmal eine Zeit lang verschieben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.